Am selben Tag, den 20.07.2018, habe ich folgenden Brief geschrieben an die Ergänzungspflegerin des Jugendamtes München, Marlena-Platz. Sehr geehrte Frau Vau, bitte teilen Sie mir zeitnah mit, welche Anträge auf Hilfen zur Erziehung Sie seit der Übernahme Ihrer Amtsgeschäfte zum besten Wohle meiner Tochter übernommen und gestellt haben. Aufgrund der Dringlichkeit bitte ich um Hereingabe Ihrer Antwort bis spätestens, Frist 27.07.2018. Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße, Annette Fischer. Lassen Sie mich mal gucken, was ist heute für ein Datum. 1.9. Die Frist ist am 27.07. abgelaufen. Bis heute habe ich auf diesen Brief noch keine Antwort erhalten.